Auf dem Ballenberg oberhalb von Solothurn befindet sich einer der grössten Seilparks der Schweiz. Wunderschön gelegen bietet der Seilpark Ballenberg den idealen Rahmen für Ihren nächsten Familien-, Firmen- oder Schulausflug. Unser bestens geschultes Personal macht Sie mit der Ausrüstung vertraut und instruiert Sie in den wichtigen Sicherheitsfragen. Dann kann es auch schon losgehen. Neun Parcours mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden stehen den Wagemutigen zur Verfügung. Die mutigsten klettern auf einer Höhe von bis zu 20 Metern. Aber auch für die kleinsten ab vier Jahren bieten wir einfache Parcours an. Und falls Sie mal nicht weiterkommen, unsere Instruktoren helfen Ihnen gerne und bringen Sie wieder auf den Boden. Nach so viel Abenteuer und Adrenalin ist ein Grillspaß genau das Richtige. Eine schöne Feuerstelle im Wald lädt zum gemütlichen Zusammensein ein. Seilpark Ballenberg – ein Riesenspaß für Jung und Alt.